...und auf jeden Fall zu holen... ...schöner Team aufgenommen... ...und sonst dies Valentino... ...kann ja keine Tächelbreiten... ...und keine Lenzwelle... ...und zum nächsten Mal... ...und zur encompassboxen... ...und bei siegeln... ...karteinander wird schon gewöhnen... ...Alex Kors... Das war's für heute. Abgelehrt! Rekwinkstunkel D останsts ich früher Böse Böse Ich glaube nicht stehen 970 Oliver Schirme Und Chris Kro heure Und jetzt in coarse und Aber Ich glaube nicht Ich bin der Und 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 da kommt der Riesland mit Thomas Eichholz. Wieder zurückgelegt, wenn wir reißen. Ein zurückgelegt. Und... Incomplete. Und Alex Cross. Und das ist mein Ziel. Ganz einfach das Figaro. Und hier von der Säber Rieskiewicz. Rieskiewiczneider. 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 Es kann? Es kann? Jetzt. Kann allein? Was macht der Korrebek? Kurz abgespielt? Hier ist das Publikum. Offense, 69. 10-yard penalty. 4,000. 2,000. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. 4,000. 4,000. 1,000. 3,000. Sie kamen. 4,000. 4,000. 3,000. 3,000. 4,000. 3,000. 5,000. 5,000. Schreibe auf die Seite, ein, zwei, eins, und etwas vorbereitet. War für zwei Generationen auf deinem, zwei, ein wenig Schild. Und das verk живот ein, das sieht Bring the away, ein wenig Schild. Der Begriff picture. wieder zurück wieder passen Das ist der erste Tag und hier geht Kielmann knapp noch mit 14. Wieder aus der Defense gefordert, war jetzt ein schöner Kick-Off wieder auf Tissi Robinson und das, ja wir fragen, was wurde gesehen. Die Kielmann hat sich in die Runde zurückgezogen. Die Kielmann erste Malte, der 10-Jour-Fanley ist. Die Kielmann ist in der Runde. Die Kielmann hat sich in der Runde. Die Kielmann ist in der Runde. Kurzer Pass, hat gereicht, Sübler, Klammer von Franz, wieder die Wutfe, mit dem Ball ganz ganz schwer zu stoppen, unglaublich beweglich, und wieder Pass auf Stefani, wieder die Wutfe, und wieder den Förster, Sübler, Land, 131, jetzt Pass wieder auf Pascal Mayer, da können wir eine Zeit zu brechen, genau, nein, nein, und jetzt schlussendlich aus, jetzt nichts anderes, dann können wir, wieder Händer auf die Wutfe, und wieder die Wutfe, und wieder die Welt zusammengebracht, jetzt plötzlich auf die Wutfe, vor allem, eine Art die Wutfe, und wieder die Wutfe, mit ihm auf die Wutfe, mit dem Henri Schalk, Dann Martek zögert, richtig gemacht. Und Kupi, aus. Also Fiskan ist schon ein Klassikspieler, der Quarterback der GCN Chiles. Jetzt pass auf, Max Trauma. Röderbaum wieder. Die Redzone ist nahe. Und die Endzone auch. Die kommt dann immer näher. Jetzt pass auf. So, wieder Alex Klaus drückt die Mitte. So, dann sucht der freie Mann, Fitteln begonnen. Ich habe richtige Entscheidung, die große Distanz für den Spielkoll und Flanke, Eppelfarke. Offense, 86. Five-N-Fieldy. Fourth down. Das tut... ...wies mit dem vierten Versuch. Ihr liegt jetzt der befreiende Wurz. Rieskan ist. Großer Punkt, auch Rieskan. Und bringt den Ball nicht mehr recht. Aber wieder auf alle Ballen. Noch gedankt, die Rechte. Wir haben den Speitepass. Und... ...nicht gefangen. Das war nur ein kurzes Aufspiel von Kala. und auf keinen Fall. Trennende, der Pass auf Pascal Meier, der hat wieder viel Platz. Und wir haben auch noch ausgedrängt, vorderter Mann. Auf die Wulze, durch die Mitte. Die Mitte. Pass auf Stefani, und dann geht's. Bolling, Offense, Nummer 19, Taylor Brennady, von der Spot auf der Foul. Still second down. Time out. 2 Minute warning, 1.57. 2 Minute warning, 1 minute, 50 seconds on the clock. 2 Minute warning, 1 Minutebeszug. Team start, Offense 76, vier Finger, они sing it out. Und jetzt wieder passen an die Seite, aber wieder losliegen, Herr Valentino unterwegs. Und jetzt wieder losliegen, Herr Valentino unterwegs. Jetzt ein kurzer Kick. Jetzt wieder losliegen, Herr Valentino unterwegs. Jetzt wieder losliegen, Herr Valentino unterwegs. Jetzt wieder losliegen, Herr Valentino. Und... So, ganz zum zweiten. Wo ist er zweimal? Wieder wieder attackiert. Aber jetzt hat er jetzt noch Platz. Jetzt kann er schauen. Genau, Christkamp. Und er hat seinen Platz. Macht ja einige Angst gut. Noch ein Spielzug? Nein. Christkamp, durch die Mitte. Oh, das hört fast an. Ein Glücksgift für die offiziellen Diffman Sol. Ja, das ist ein schneller Stopp. Da gibt's auch keine Flagge. Ja. First and Foul. Face mask. Defense. 87. Fifteen yards from the other run. First down. 15 yards straight besten. W violated. Alex cross, wieder schna 1. Wieder Chris Gunn. Diesmal kommt er noch gar nicht weit. South and Foul. Und vor allem wieder groß gestanden, vorne ein spüren der Schweizer. Und der Oma, vorne mit Kaliner Burgos. Die Lieblingsgekörner. Und was die Schweizer-Defenskarte, das macht die Glanschau. Wieder ein kurzer Pass auf Stefanie. Und... Wieder ein kurzer Pass auf die Seite, wieder auf. Wieder ein kurzer Pass auf, Pascal Meier, der versucht sich hier. Der Charakter, offensichtlicherweise in der Eierkunftsspiegel. Kommt stark, glaube ich, gemacht. Schabisch. Pass auf. Valentino, Orte ist an der Seite. Auf und auf. Prost auf. Auf die Mitte. Auf die Mitte. Auf Kabel. Wieder komplett auf, Pascal Meier. Kabel. Auf die Mitte. Auf wie der Eckart. von Stein lassen und von Lutz und es wird angezeigt, Fummern und Giski und Giski Wir haben ein kompletter Pass, ein Fumble, ein Recovery bei der Defense, die wir für die Lutz und wir haben einen großen Zbb. Wir sind der Ball, jetzt geht's nach vorne. Lina Probst durch die Mitte. Und wir kommen wieder. Und wieder ist der Ball los. Und wieder wird der Ball freigeschlagen von der Verteidigung. Der Akanander-Panko sorgt das Angriffsrecht. Wechselt schon wieder. Eieieieiei! Bambi! 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 Kass, 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 Kass. Kass, 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 Kass. Kass, 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 Kass. Kass, 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 Kass. Kass, 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 Kass. Der Mann trifft und auch noch ganz gedremmt wird. Wie geht es auf dem Spielberg? Kurzer Pass auf Valentino, der macht das gut und... Ja, mit Spielzeit und ein Aufmerksamkeit! Wasch, Karl, Meier, in der Endzone! Offense, Nummer 66. B.A.T. Attenda. Wiederflatter dich! Hanno Ponce, Leonor und Christoph Baumitzer zum Return bereit. Wieder ein kurzer Kick. Baum, Baumitzer! Über die Außenseite! B.A.T. 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 Und dann in der Entschuldigung pass auf, und es ist Klaus! Die Giants werden über die Seiten spielen. So, Flaggen auf dem Spielfeld, aber Flagge, ja. Und... Offside. Defense. Nummer 16. Flaggen, friendly. Works out. Widerplatte. Wiederplatte. Direkt von... Off. So, Damen und Herren, für den extra Punkt. Jetzt ist jeder Punkt wichtig. Raimund Twinkler. Und er ist gut. Ein kurzer Kick. Aufgenommen von TZ Robinson. Und er kann hier einige Tächels wiederbrechen. Amen! Und die Stopp. Den Ball aber gerade an! Stefanie Jont. Der ist gut. Bingeys, das werden sie damit wohl erreicht haben, das neue First Down. Jetzt wieder auf. Und da kann wieder einige Töcklis drängen. Und jetzt gestoppt. Wieder wieder. Mit der ersten Zeitung. Wieder immer. Wie auch so stark hier die Möbelwellen. Zufall. Aber eben noch ein bisschen mehr und man hat sich hier. Und da gibt es jetzt eine Frage. Die Möbelwellen. Und die Möbelwellen. Und die Möbelwellen. Und die Möbelwellen. Wieder auf. und die Möbelwellen. Der Wölfe zum 9.1. Schönes Spiel, spannendes Spiel. Das war's. Ich kann an der Grundlos gewinnen. Das ist leider das bessere Ende für die Schweizer. Ich kann an der Grundlos gewinnen.